1. Verpflichtende Einführung des Halo, eines 7 kg schweren Cockpit-Schutzes aus Titan In SEM-Zuge wurde das Mindestgewicht der Boliden um 5 kg auf 733 kg angehoben. Mit dem Halo einhergehen allerdings noch strukturelle Verstärkungen, je nach Bolide mindestens 3 weitere Kilos ausmachen. In der gesamten Saison dürfen pro Wagen nur noch 3 Antriebseinheiten ohne Strafe eingesetzt werden. 2017 waren es 4. Verbot der auffälligen Finnen an der Motorabdeckung sowie des sogenannten Monkey Seat über den Auspuffrohren. Einheitsreifenhersteller Pirelli bietet für 2018 gleich 7 Mischungen für trockene Bedingungen an, das sind 2 mehr als im Vorjahr. Neu sind der Hyper Soft und der Super Hard, damit wird Palette jeweils am oberen und unteren Ende erweitert. Mit dem Full Red für extrem nasse Bedingungen und dem Intermediate für Mischbedingungen kommt Pirelli somit auf 9 reifen Mischungen. Die Startzeiten der 21 Rennen wurden geändert. Statt zur vollen Stunde geht Ampel 2018 jeweils um 10 nach auf grün. Bei den meisten Europa-Rennen wird der Start sogar um 70 Minuten auf 15,10 Uhr Ortszeit nach hinten verlegt. Video, futuristische Kurve. Video, futuristische Kurve. Video, futuristische Kurve. Video, futuristische Kurve. Video, futuristische Kurve.